Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Runde von DLC Quest. So, einmal wieder mit der Steuerung vertraut machen. Ups, da habe ich den alten Herrn doch glatt angequatscht. So, und wir standen hier und wussten nicht, wie es da hintergeht. Oh, jetzt bin ich... Geht ja schon gut los. Dann habe ich erstmal die falschen Tasten gedrückt. Wir hatten in die Richtung alles abgesucht. Da kamen wir nicht weiter. Da ist ja auch dieser seltsame Typ, der uns nicht durchlassen möchte. Dementsprechend... Äh, gucken wir hier in die Richtung mal. Was steht da? Achso, die Büsche kann ich abschnippeln. Stimmt, da kam ich auch nicht hoch. Ein Grabstein von einem Schaf. Oh. Achso. That first step was a dozy. Okay. Oh. Jetzt dachte ich mir, warum sieht denn die Wand hier so komisch aus? Also, die sieht ja anders aus, ne? Egal. Cool. Blöck. Hey. Secret. Geh weg, Schild. So. Ähm. X. Verrecke. Verrecke. Jetzt haben wir das Schaf getötet, bringt uns aber nichts. Na gut. Dann flitze ich mal hier weiter durch. Fahrt hier noch was. Oh nein. Oh. Oh. Da hat uns das Schild verarscht. Aber nicht, äh... Oder mir schien es so, dass die Wand auch genauso mehr wie drüben. Geilo. 71 Münzen. Das lohnt sich doch glatt schon wieder. So, jetzt sind wir wieder... Oh. Äh, hallo? Ah. Unsichtbar durch Wände springen. Nein. Oh, dass man sieht durch die Wände springen. Das ist ein bisschen schwierig. Oh. Jetzt habe ich mir gerade an der Nase gekratzt, weil ich dachte, ich kann ja eben. Und hatte dann meine Springhand nicht frei. Das ist natürlich total genial. Ja. So. Ich muss natürlich hier mal auch einen Finger auf X halten. Damit ich eventuell Schafe töten kann. So. Und jetzt kaufen wir uns einen neuen Content. Ja, ich will DLC. Gib mir DLC. Äh. Psychological Warfare. Damit können wir den alten Sack töten. Äh, beziehungsweise bekämpfen. Der uns da nicht durchlassen will. Das Schwert reicht ja nicht. Was ich irgendwie seltsam finde. Ui. So. So, können wir eigentlich mit dem noch quatschen? Wenn man jetzt alle seine Schafe töten wird. Hm. Hm. Na gut. So. So, jetzt dürfte er wieder... Genau. Da ist er wieder. Mal schauen. So, wir haben jetzt Psychological Warfare. Dööööööööö. Ja, wir haben das, äh... Psychological Warfare Pack. Ja, es ist nur in einer Pre-Owner. Äh. Natürlich kannst du es haben, wenn du mich alleine lässt. Deal! Und damit haben wir ihm das DLC abgegeben. Und damit dürfen wir durch. So. Münzis, Münzis, ganz viele Münzis. Ah, komm schon, da bin ich hoch. Okay, das reicht doch wohl noch nicht. Dann gehen wir erstmal hier in den Dungeon rein. Und springen uns durch die Gegend. Oh, hier ist wieder ein Tunnel. Da haben wir jetzt auch alle Münzen, sehr gut. Da ist noch ein Schaf, das wäre natürlich auch entspannt. Oh, muss man da crouchen können? C. Können wir wohl nicht. Brauchen wir dafür etwa den Double Jump oder sowas? Nein, das reicht doch so. Alles klar. Kommen wir da vielleicht noch zu dem Schaf? So, wahrscheinlich nicht. Ach, verdammt, ich. Ich springe nicht in die Decke. Ne, ähm. Ich bin zu blöd dafür. Ich springe zu hoch. Ich bräuchte dafür auch schon den Double Jump. Ich versuch's später nochmal. Ach man, seht ihr, ich bin zu blöd. Ich springe immer ganz entspannt. Gegen die Decke. Okay, man kommt da wohl noch nicht dran, im Laufe des Schildes. Ganz gekonnt. Erstmal da drüber gesprungen. So, wer bist du denn? Guck mal. Hallo. Okay. Du bist einfach nur da. Okay. Das wird wahrscheinlich auch in einem DLC zu brauchen sein. Also müssen wir wieder Geld sparen. So, und hier, oh, das habe ich auch vermutet, haben wir wieder einen Tunnel. So, und mit 100 können wir uns, glaube ich, das nächste Pack holen. Vielleicht kommen wir dann auch da an die Stelle, die ich, obwohl meine Ex-Aquisiten-Fertigkeiten nicht erreichen konnte. So, rennen wir mal schnell zurück. Oh, sorry. Ah, ne, da war'n schon. Da war'n schon. So. Ja, die, mir DLC. Double Jump. Wie geht der Double Jump? Sehr genial. So. Damit könnten wir tatsächlich an die schwierigen Stellen ankommen, wenn ich nicht ein Vollnub wäre. Zack. Haha. 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 Und hepp. Oh, da ist gar nichts. Hä? Sehr gut. Dann schauen wir uns mal an, ob wir hier hinkommen jetzt. Sehr geil. Was geht ab? Ihr könnt Double Jumpen. Hallo, NPC. Hey, Hero, over here. What? Mein Name ist nicht Hero. Alles klar. Okay, wir heißen auch ein paar, äh, Hero. Wölfe haben Kinder von dem Dorf gestohlen. Warum? Und er hat sein verzaubertes Buch, der, nein, der Zauberspiegel verraten. Wölfe. Wölfe, Kinder. Und er kann seine Angel nicht finden. Auch nicht schlecht. Okay. Wir müssen alles finden. Das klingt doch nach einer Aufgabe für den Hero. So, kommen wir dann mit dem Double Jumpen hin. So bestimmt nicht. Ja, jump. Das könnte, aber... Yeah! Oh, gar nicht so übel. Aber in der Luft jumpen, das ist gut. Das hilft mir vielleicht wirklich weiter. Hup. Hallo, Schafi. Oh, und da ist das Glück. Okay, da geht's auch scheinlich weiter, oder? Muss aber was sein. Das durch... Na, das... Na, das... Na, nicht. Na, bestimmt. Ja. Oh. Na. Okay. Fülle da rein. Los. Ah, okay. Whoa. Hallo. Hallo. Flapp. So, hier hätten wir auch alles eingesammelt. Zum Beispiel, das hier. Dann gehen wir mal hier rüber. Erstmal hier oben alles wegmachen. Wie, ist noch so? New Deal. Top Headpack. Wie. Wie, kann man da jetzt, äh, 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 äh. Also, irgendwie sehe ich da noch mal meine DLCs. Auch nur bei dem Alpen, ne? Oder können wir im Menü... Niederwort... 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 Niederwort. 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 Wie geht's in diesem Action-geladenen Spiel. So, jetzt hier hatten wir irgendwo... Hatte ich irgendwo Probleme, ne? So, einmal das. Petpack. Woo. Wir können uns Pets, äh, tamen. Oder so. Vermutlich. So. Oh. Ah. Hep. Sauber. Das haben wir gebraucht. Das richtige DLC für uns. Ah, ich bin irgendwie schon wieder so... ...in Kauflaune. Ich hab schon wieder Bocken, die jetzt hier zu kaufen. Ähm. Okay. So, hier guck ich nochmal, ob es da noch was gibt. Oh. Ah. Geil. Oh, 90 Münzen schon, ey. Ich muss gleich mal in den Shop. Aber ich glaub, das kostete jetzt 150 die nächste Erweiterung. Ah, verdammt. Wenn man sich wenigstens so ein Münzen-DLC kaufen könnte, also ein Dichtbild, ne? Dann wär das ja schon ganz cool. Will ich irgendwann Münzen holen, damit ich das nächste DLC holen kann? Dün, 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 dün. I-Scharf. Äh, nein, Schaf bist du nicht. Du bist ein, äh, Pad. Ähm. Hi, Shopkeeper. Ja, ich möchte meine DLCs ansehen. Ich möchte, ich möchte, ich möchte... Äh. Wo ist denn... Ach so. Ach so, ich kann mir einen Hut kaufen. Und einen Pad kann ich mehr holen. Für fünf jeweils. Das... Wow, guck dir das an. Ein Goldfisch. Huh. Und wir haben einen Zylinder. Total, genial. So, schauen wir mal. Hier brauchen wir auch den Double Jump. Hier auch. Und hier. Und weil er so schön ist, falle ich einfach mal runter. Verdammt. Ähm. Oh nein. Komm, ich mache hoch. Ah, bitte. Ah, fast ganz geschafft. Oh je, das ist so knapp. Oh, hallo. Mist, der Busch, Busch. Und hepp. Oh. Guck mal, ich glaube, ich glaube, ich bin da oben. Alles klar. Äh, hepp. Hm, 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 hm. Oh, das war falsch. Egal. Wische zerschneiden. Gucken wir erstmal hier, was hier so ist. Und hepp. Ah, verdammt. Oh nein. Oh. Ja. Ich bin runtergefallen. Übrigens. Hey, hey. Hey. Und hepp. Und hepp. Verdammt. Und hepp. Verdammt, war da immer noch eine. Ähm, aber da war hinten das, wo ich nicht hingekommen bin. Ähm. Wo kam ich denn nach? Ach ja, hier. So, hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Oh. Oh, das war blöd. Oh cool, man kann direkt hier drauf. Ja, das hat uns jetzt auch nicht geholfen. Und hepp. Und hepp. Ein, zu weit. Scheiße. Ähm. I live for fails. So. Ach. Geschafft. So. Nein. Zählt der jetzt für uns? Ist er uns tot? Hallo. Oh. Oh. Auf der Zwischenhebner. Ich krieg dich. Du wollbepacktes et... Was. Weh. Und... Auf geht's. Ah. Ich. Wo ist es denn jetzt? Verdammt. Neun. Schaf. Hallo. Ah. So. meiner Lebensaufgabe noch immer gefrönt. Ich hoffe, das war jetzt nicht im Bild. Aber ich denke mal nicht. Hui. Und. Hui. Und. Hui. Verdammt. Da fehlt immer noch eine. Mist. 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 Kommt ein bisschen komisch manchmal, ne? Oh so. Oh. Hep. Scheiße. Ah. Oh. Schaf. Ach. Verdammt. Jetzt sind wir nochmal hier oben. Ach. Ne. Geh lang. So. Ein letztes Mal noch. Hep. Und. Hep. Und. Hep. So. Wie machen wir das jetzt? Shit. Aber wenigstens haben wir die Menschen schon mal gekriegt. So. Und. Äh. Verabschiede ich mich für diese Folge. Wir haben schon. Äh. Sehr viel geschafft. Wir haben einen Hut. Wir haben einen Pad. Und. Jede Menge Münzen. Wir haben nur noch wenige bis zum nächsten DLC. Das wird episch. Ich verabschiede mich. Viel Spaß. Und. Also viel Spaß in der nächsten Folge. Und wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge. Ciao.